Hallo! Oh, ich hab Post bekommen. Was könnte da wohl drin sein? Ich mach's mal auf. Ich hab's natürlich auch an der Oberseite aufmachen können, aber ist ja egal jetzt. Oh, jetzt ist das T-Shirt. Das Ganze ist gesponsert von dem Tierschutzverein. Vielleicht, ob man das sehen kann. Kaninchen-Pies. Ich bedanke mich ganz herzlich. Jetzt mach ich übrigens den magischen Zaubertrick.